Hallo zusammen, das ist Jonas und ich bin Simon. Wir sind Automatiker im zweiten Lehrjahr. Wir machen unsere Lehre bei LCA Automation AG in Küsnacht. Und wir zeigen euch heute, was ein Automatiker in der Lehre so macht. Kommt mit! Wir haben sehr abwechslungsreiche Arbeiten und man lernt in der LCA immer etwas dazu. Was mir an meinem Beruf gefällt ist, dass ich zwischen den Abteilungen wechseln darf und so immer wieder neue Arbeiten machen kann. Wir arbeiten in allen Gebieten, von elektrisch, pneumatisch und hydraulisch bis auch zur Mechanik. Bei der LCA haben wir Gleitzeiten und sind gut mit dem ÖV erreichbar. Wir bestehen aus insgesamt 70 Mitarbeitern. Davon sind 10% Lernende in 5 Lehrberufen. Automatiker ist der einzige Beruf, welcher jedes Jahr rekrutiert wird. Die Lernende sind vom ersten Tag an in ein Team integriert und dürfen an unseren Anlagen arbeiten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bewerben wir euch für einen Schnupferleer. Ciao zusammen!